Jetzt kann ich kurz besuchen. Jetzt könntest du schön spielen, ja? Also Kinder, ihr fragt euch immer jetzt, was proben wir? Warum proben wir? Alle können die Noten spielen, das war auch nicht das Problem. Aber jetzt versuchen wir einfach, aus dem, was in den Noten steht, Musik zu machen, dass es lebendig wird und dass wir miteinander dieses Stück entdecken, ja? Wie Fußball spielen. Miteinander. Das ist natürlich, das probieren wir gerade. Also einmal mit Cäsar, ohne eine erste Gerichte. Eins, zwei. Das ist kein Akzent. Kein Akzent. Ich würde es gerne einfach versuchen, dass es Schabbau bleibt. Das ist... Schabbau. Ja, ja. Wir spielen ein bisschen Weide und wir machen nur dieses Schwingen, ja? Aber es soll nicht impulsiv sein, ja? Bitte. Eins, zwei. Was ist das für ein Takt? Wer weiß das? Wer weiß das? Was für ein Takt ist das? Ja, ein Viertel Takt. Oh! Oh! Wie süß ist der da? Achtung, du kriegst noch eine Frage. Okay, super. Was ist das für ein Takt? Ja. Das ist gemein, oder? Ich muss noch hören. Ja, hört es noch mal an? So kannst du auch jemanden anrufen, wenn es sein muss. Ja. Weißt du es jetzt, was für ein Takt es ist? Ein zweiviertel Takt. Ein zweiviertel Takt. Nein, das war eine gemeine Frage. Es ist immer noch ein dreiviertel Takt. Aber wir haben es jeder nicht gespielt. Wir haben es ein bisschen verzogen. Also, nochmal. Gehst du gleich? Einmal eine César. Und jetzt haben wir den Unterbau dieser Musik, jetzt brauchen wir die Melodie. Die Melodie ist hier in der ersten Geige. Das ist die erste Geige hier. Anschauen.